Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Ihr Landratten habt sie wieder zu uns geschafft, das finde ich toll. Schön, dass ihr da seid. Jetzt könnt ihr wieder sehen, wie wir mit unseren Achtern in Zehner-Gefechten abgeschlachtet werden. Sind nur fünf Zehner, ist es dann ein richtiges Zehner-Gefecht? Ach, einer unserer Zehner ist schon Fritte, sehr gut, vielen Dank. Ach, geht toll. Ich freu mir den Ast. War auch nur unser einziger Zerstörer. Ja, das kommt noch dazu. Ein Zehner von uns und dann der einzige Zerstörer, den wir hatten. Ich bin entdeckt, also muss was auf 10,9 Kilometer an mir ran sein. Ich habe sechs Treffer mit HE und extra Fahnen und noch kein Feuer. Die Hindenburg trifft mich einmal und ich brenne lichterloch. Oh, drei Zielen auf mich. Die schießen... Oh, hier vorne ist der Zerstörer. Die schießen, ich drücke auf Ranzoomen, dann sind die schon weg. Oh, das war eine Zitadelle. Jetzt aber mal schnell reparieren. Oh, ich habe den Zerstörer, glaube ich, 10.000 gedrückt. Da kommen die Tops. Oh, die Gegner haben ja schon drei von uns gekillt. Mei, alles wird unsichtbar. Ach so, hier drüben ist ja auch schon nichts mehr. Dann ist auch kein Wunder, dass die alle weg sind. Ach, der Flugzeugträger, der nach anderthalb Minuten dann schon geschafft hat, was hochzuschicken, sagt, er fährt jetzt Käpt'n, weil das ist ein verlorenes Spiel. So, dass das verloren ist, das stimme ich ihm zu. Und ich denke, das wird auch schnell beendet, weil ich denke, die schlachten wir uns jetzt ab. Es kommen 9er, 10er, also 3 10er und 9er kommen wir dazu. Ich drücke ja weg. Ich setze jetzt Torpedos und dann geht's. Hä? Torpedos? Ja, die habe ich mir nachrüsten lassen. Alles zergräbt. Alles zergräbt. Ich schweiß mich weg jetzt aber schnell nach Tränen weg hier. Die unsichtbar ist übrigens. Ja, die hinten Burg, die äh... Ach, sie war gerade tatsächlich mal für eine Millisekunde offen. Das hat gereicht, um sie ganz kurz anzuzeigen. Aber ich bin... Ich hab... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geschossen hab, aber ich bin immer noch sichtbar. Ach du. Deinen Arsch weggeballert. Hindenburg schießt einmal auf mich und was glaubst du, ich brenne. Vier Zielen auf mich und ich bin durch Radar entdeckt. Ach ja, ich brenne im Übrigen schon wieder, ne? Sehr gut. Besser du als ich. Ach, ich brenne jetzt auch zweimal. Aber ich mach auf eine Hindenburg, drei, äh... Drei, die durchgeschlagen sind. Drei, die durchgeschlagen sind. Oh... Ja, super. Also ich hab 18.000. Oh, ich hab 11. Ne, jetzt hab ich 18. Mhm. ich verlasse das spiel nicht ich habe auch 17 flugzeuge mit dem teil runter geholt ganz so viele gegner haben wir gekühlt ja wir haben keinste drei gaps so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist noch eine komplett volle Alsace, die jetzt unsichtbar wird, weil man sie ja nicht sehen muss. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Noch mal 11.000, sehr gut. Wir haben den Top-Dentreffer in die Rundfunkte von der Rundfunkte. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Das ist wichtig. Na, los haben wir die Rundfunkte von der Rundfunkte. Ah, ich fahre mir nicht, weil ich ihn danach Ah, keine Ahnung, ich bin noch mit der Monarch Die Roden, die Roden wieder schön, die anderen Flusskriegen Oh, ich kenne die Roden 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 Okay. Okay. Da ist eine Moskwa auf der Scheißjagd nach einem Zerstörer und statt die Caps zu cappen, weil wir haben jetzt gleich verloren, wir haben nur noch zwei die Gegner. Nein, ein Sieg durch Punkte oder durch Caps ist doch... Dann muss man alle getötet haben. Ich mach nur Abkaller. Okay. 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 Und geplatzt. Wow, unser Flugzeugträger muss ja spitze gewesen sein. Ich glaube, das ist ja mit das beste Gefecht, ohne dass ich jemanden gerammt habe mit dem Kaka. 107.000 habe ich. Tja, Shimakasa hat es nicht gebracht. Ach, die zweite Monarche hat es nicht gebracht. Tja. Der Flugzeugträger hat es nicht gebracht. Also ich bin der Beste ohne Kills eigentlich. Naja, leider hat es nicht geklappt. Wir haben es probiert, wir haben gekämpft. Aber es hat nie sollen sein. Es tut mir leid, aber... Du bist Kaka. Ich komme noch dazu, genau. Von dir wollen wir ja nicht reden, aber ich bin Kaka. Genau. Also, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Ich hoffe, in meiner nächsten Runde werden wir euch nicht so enttäuschen. Bis dann. Tschüss.